Hallo, ich bin der Tino von Alpha Shooters und ich zeige euch heute die brandneue SIG Sauer P320 X5. Die SIG Sauer P320 X5 ist die sportlichste Variante der P320. Der 5 Zoll bzw. 127 mm langer Matchlauf sowie der verlängerte Verschluss sorgen für eine lange Visierlinie. Der Verschluss wurde zudem skelettiert, sodass wir ein geringeres Verschlussgewicht haben. Der Matchabzug sorgt für einen verringerten Widerstand und Resetweg. Die 21 patronenfassenden Magazine lassen sich leicht über den zudem abnehmbaren Jetfunnel einführen. Neben der mechanischen Visierung lässt sich zudem auch ein SIG Sauer Romeo 1 montieren. Mit rund 1400 Euro eine sicherlich interessante Matchpistole. mit rund 1400 Euro eine stripische Wert Von der Kunde und Resetweg berufend. Mit rund 14 Euro eine bloß auf die Platte am Ende Desen Joyce geht. Das ist ein Besatzes. Die der Kunde betragen wurde vor, wie die Ratte an der Kunde und die den Kunde betragen wurde. Die Kunde betragen wurde.